Achtung, es kommen ein paar verbündete Hufschrauber. Achtet auf den Hufschrauber. Okay. Yeah, Verstärkung. Kann ich die Granze stören? Kann ich die Granze stören? Wildfire, wir bewegen uns jetzt auf die Hufschrauber zu. Danke für die Hilfe. Bravo, 6 Ende. Oh ja, und ihr auch, Leute. Komm schon, Level, geh zu Ende. Ja. Ist der Granze zerstört? Nee. Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Ups. Zack. Weg da, du scheiß Gran. Ich mag keine Krane. Ja, okay. Ah, endlich geschafft. Hat ja lang genug jetzt gedauert. Wo sind sie? Sergeant Ball Jackson. Yeah. Jetzt wird wieder geschossen. Und zwar auf meine Art. Ja, bei mir ist ein Insekt. Ja, bei mir ist ein Insekt. Und jetzt geht's weiter. Boah, Peck. Tag 3. 16.30. Und wir sind mitnehmende Schlachtrennen. Wobei, ich glaube, das ist eine Waffe, die ich nehmen muss. Ja, komm, leg nicht. Yeah. So. Was ist das da? Geil, Panzer. Kann ich da einsteigen? Nein. Geh ich mal näher ran? Oh, Granate. Boah. Hier. Für euch Busfahrer. Fahrkartenkontrolle. Fahrkartenkontrolle. Wow. Hey, sie. Ja, genau sie. Oh. Hehe. Hä, ich mal's auf Rambo. Boah. Geh mal auf den Schutthaufen. Nein, sind von dort aus ab. Zeugliche Luftangriff. Bereit machen. Sie kommen an seinen Schritt. Ich hab die anderen Raketenwerfer und schalte diese Helikopter aus. Ach nee. Nix da. Jetzt aber endlich nachhören. Oh, Granate. Weg. Scheiße. Das war knapp. Okay, nochmal. So. Fahrkartenkontrolle, bitte. Dankeschön. Mal kontrollieren, ob die auch richtig ist. Ja, sieht ganz gut aus. Okay. Ist du ein Feind? Nein. Die Feinde. Er ist immer ein Kind, wie Feinde aussehen. Kopftuch. Unser was ist. Typischer Taliban halt. Über. Acht auf Silhouetten auf den Dächern. Vereins bereit. Oh. Wir werden ein paar Geschosse in diese Gebäude befördern. Bereit. Schöne, Granate. Happy Best Day. Happy Oh, Granate. To you. Oh, Granate. Bereit. Schiffe. Ich weiß immer nicht, wie man die zurückschießt. Er zurückschmeisst die Granate. Schiel Erfes. Oh, sind da viele. So. Bereit. Schiffe. Dreistrückiges Gebäude. 11 Uhr. Erster Stock. Ziel Erfes. Ja. Bereit. Dreistrückiges Gebäude. 11 Uhr 30. Erster Stock. Voll gut. Jetzt klip hier doch. Ziel Erfes. Feuer. Oh, nee. Ich bin wiederum. Wir gehen raus. Das, 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 darauf habe ich keine Lust. Nimm ich lieber die. Das wusste ich wie AK. Uh, das wusste ich wie AK. Ciao, ciao. Äääääääääääää. Hoah. Okay, was läuft? YouTube. Mmh, mmh. Außenseite anschauen. Oh, Granate. Sag doch, dass du ein Terror bist Guten Abend Ich hätte gerne einen Hotdog, bitte Da, da Entschuldigung Ach, komm Jetzt hätte ich schon wieder fast einen abgeknallt Hier, bitte Happy Birthday for you Ah Oh Oh Scheiße Oh Scheiße Oh, jetzt Hopp, hopp, hopp Oh, okay, jetzt bist du Was ist das? Ist das ein Ofen? Ein Server aus der Steinzeit? Hey ihr, könnt ihr mir sagen, was da drin ist? Feuer Guten Tag Guten Tag Guten Tag Guten Tag Ah Okay, jetzt Ciao Oh, Granate weg Weg Das kann ich auch, was ihr da gemacht habt Hier Ciao 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 Okay, mal schauen Okay, let's see Oh, der verdammte Penner Penner Das war jetzt voll Awesome GTA von 2 Black Okay, nochmal von vorne, Servus 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 Böser Junge Das geht so nicht Wow Ziel erfasst Feuer Bereit Ziel erfasst Feuer Ach, nochmal eine Garate, hier bitte Da spritzt das Blut an die Wand Höh Waaah 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 Guten Tag Waaah Granate Okay Ich muss mir angewohnt nicht dauernd das Visier zu übernehmen Wenn ich mal schnell einen Feind abschließen soll Der so ganz nah ist Moment, muss husten Ich huste mal schnell Über die Entdeckung Okay Was war das? Äh, Junge Bei dir ist Feuer Macht es dir nichts aus Naja Sein Problem Waaah Uuuuuh Hier steht nichts Uuuuh Wer ist hin? Ich geh mal schnell in die Entdeckung So Uuuuh Scheiße Ja komm Schieben Schieben Uuuuh Ja Ja Ist tot Ja Und du auch Ach, ist jetzt auf einmal ruhig hier Hütz Ack 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 Das ist die Uhr nach dem Sturm Stopp Da kommt ein feindlicher Panzer die Straße rauf Oh oh Warum die für einen Panzer hier? Uuuuh Seych T72 hinter dem Gebäude auf 10 Uhr Sie können angreifen Naurach Verstandd pra Bravosex, ich hab' ihn auf Infrabrot Wechsel auf Manuel Ach du, jetzt stirb doch echt So Schau schau, Panzer vorbei, im Panzer HeißMietumsohn Uuuuh Uauuuhuuuuuuhuuff Uuuhuuff Uuhuuff Uuuh Leckme am Haut habe ich's mir jetzt erschrocken Und zu Recht Was hat der denn geraucht? Was war denn das? Ein Headshot Und unterwegs Wir sind fast bei Schnellschlaße 4 Und sollten bald Sichtkontakt zum 2. Platoon haben Ziel erhöht Begeben sie sich zur Aufnahme Zu sie neigt Landezone Ach hier geht's nicht weiter aber hier Würde mich jetzt wundern wenn das Feinde wären Ich hätte da runterspringen sollen naja Ich wollte es nicht wei Hätte ich sagen können dass ich Schaden kriege oder das nicht soll Es gibt Spiele bei solchen denen stirbt man Wo ich Spiele kann ich jetzt keine nennen Wir haben noch Zeit rennt's doch net Schauen wir uns doch noch mal die Gegner an Ah ist das schön Ok ich hab genug gesehen Gut Dann mach ich mal Pause Oh mein Headshot fickt mir gleich runter Eins geht weiter Alles klar Ja Und ich hab schon Musik jetzt sehe ich Oh geil Fricht auf Feuer Weichen sie den Widerstand Ich hab schon mal Ich hab schon mal Ich hab schon mal